Du, Dijke, wie stellst du dir das Futur vor? Das Futur? Das Futur. Wie stelle ich mir das Futur vor? Wie stelle ich mir das Futur vor? Die Zukunft. Die Zukunft. Ah,我刚刚说错了,为什么呢? 因为我用到那个文法的那个专有名字, Futur, Das Futur. Das Futur,我们讲到文法的时候呢, 我们会用到Futur. 但是呢,如果我们要说在未来的时候呢, 前途,将来呢, 那我们用这个名字呢, Die Zukunft. Die Zukunft. Wie stellst du dir das Futur vor? 应该说错了,我应该说。 Wie stellst du dir die Zukunft vor? Rosig. Ja? Ja. Ich stelle mir die Zukunft nicht so gut vor. Ich bin negativ. Alles klar. Klimawandel. Och egal. Und wie stellst du dir die Zukunft vor? Nächste Woche, noch einmal Zukunft. Ah,对. 下个礼拜, 我们还有另外一个影片, 跟 Zukunft有关系. 不要忘记哦, 要按赞, ok? Alles klar. 你看吧, 就是这么简单. 好礼拜。 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 好礼拜. 好礼拜。 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 Vielen Dank.